Ja, Albrecht Dürer, 1500 malt er dieses Selbstporträt. Er zeigt sich als durchaus modebewusster, ich kann sogar sagen eitler Künstler. Er hat schon Zeit seines Lebens, besonders in den früheren Jahren, um seinen Status einfach kämpfen müssen. Aber er hat es den Leuten sicherlich auch nicht leicht gemacht. Er war sicher eine auffällige Erscheinung, wenn Dürer so durch die Straßen der bieteren Reichstadt Nürnberg stolziert ist, dann hat man wahrscheinlich ihn auch belächelt. Wir wissen das, weil er klagt auch darüber in seinen Briefen. Hier in Venedig bin ich ein Herr, daheim ein Schmarotzer. Wer bin ich und wer bin ich in genau diesem Augenblick? Das zeigt sehr, sehr viel über den sozialen Status des Künstlers in Nürnberg in dieser Zeit aus, aber auch der Künsteschlechtin in dieser Zeit. Vielen Dank.